Ardha-Mandu-Kasana Ardha-Mandu-Kasana ist die Bezeichnung für zwei verschiedene Asanas. Man kann Ardha-Mandu-Kasana übersetzen als die halbe Froschstellung oder die halbe Froschpose. Ardha heißt halb, Manduka, eigentlich mit einem langen U, heißt Frosch. Manduka ist auch der Name eines Rishis, einer der großen Seher der Vergangenheit. Er gilt auch als der Verfasser der Mandukya Upanishad, einer der wichtigsten Upanishaden des Vedanta, wo es um die Bedeutung von Om geht. Allerdings Mandu-Kasana leitet sich ab, durchaus von der Art, wie die Beine sind, die eben ähnlich wie ein Frosch dort sein können. Ardha-Mandu-Kasana ist dann der halbe Frosch. Harishakti, Yoga-Lehrerin bei Yoga-Vidya, zeigt, wie es geht. Der erste halbe Frosch hilft, die Abduktionsflexibilität in der Hüfte auf kontrollierte Weise zu entwickeln, also die Grätschflexibilität. Der zweite ist eine Flexibilität auch einer Hüfte, aber auf eine andere Weise. Ausgangsposition für die erste Stellung ist der Kniesitz. Aus dem Knien dann aufrichten zum aufgerichteten Kniestellung. Und Harishakti wird sich gerade jetzt noch zur Kamera hindrehen, dann siehst du etwas mehr. Und dann ein Bein ausstrecken zur Seite und dann die Hände auf dem Boden und dann schrittweise das ausgestreckte Bein immer weiter zur Seite geben. Und jetzt, was ist hier der halbe Frosch? Also sie hat jetzt das rechte Bein ausgestreckt und das linke Bein ist gebeugt. Und deshalb halber Frosch. Eben nur das linke Bein ist so wie ein Frosch die Beine hat, wenn er eben schwimmt. Wenn sie beide Beine gebeugt hätte, wäre es eine Variation des ganzen Frosches. Diese Stellung hat den Vorteil, dass du ganz sanft die Grätschflexibilität entwickeln kannst. Harishakti übt gerade noch die andere Seite und du kannst es eben kontrolliert machen. Manche, die die Grätschflexibilität entwickeln wollen, haben manchmal eine Neigung, es etwas übertrieben zu machen. Hier kannst du sie ganz sanft machen, auch ohne dass es an die Innenseite des Kniees zu stark dehnt. Ardha-Mandukasana ist aber auch die Bezeichnung einer zweiten Yoga-Asana, die aus der Bauchlage geht und als sowohl Variation von Bhujangasana-Kopra gilt, als auch von Danurasana, dem Bogen. Von der Bauchlage ausgehend leicht in die Kopra gehen, dann den rechten Ellbogen auf den Boden geben und nach dem Unterarm vor dem Körper auf den Boden. Dann das linke Knie beugen und dann mit der linken Hand den Fuß zum Gesäß hinziehen oder wenn es geht sogar den Fuß neben dem Gesäß Richtung Boden geben. Eine Variation von Mandukasana ist ja auch das Sitzen zwischen den Füßen. Und dieses Sitzen zwischen den Füßen wird in Ardha-Mandukasana eben auch geübt, nur eben auf dem Bauch liegend. Harishakti macht noch die andere Seite und dabei vielleicht noch, was macht man mit dieser Übung. Diese Übung dehnt insbesondere die Oberschenkelmuskel, Quadrizeps, hilft auch die rückbeugende Flexibilität damit zu entwickeln, kann auch eine gute Vorübung sein für fortgeschrittene Danurasana-Variationen, wie auch, um überhaupt Mandukasana-Grundstellung üben zu können. Ja, soweit zu Ardha-Mandukasana. Harishakti, Sukadeva und Durga das hinter der Kamera wünschen dir viel Freude beim Yoga. Alle Variationen von Mandukasana auf der Yoga-Vidya-App und auf yoga-vidya.de.